So, Hallöle, da sind wir wieder in unserer Möchtegern-Fabrik. Ich muss mich allerdings erst wieder rein orientieren. Ich habe gar keine Ahnung, was wir hier eigentlich... Ah ja, genau, die Flugzeuge. Ich habe ja die Flugzeuge gebaut. Damit werde ich wahrscheinlich einen Haufen Viecher ärgern. Und ich wollte es mir eigentlich angewöhnen, mir einen Plan zu machen für die jeweils nächste Aufnahmesession. Also so richtig mit Notizblock und Stift und Zettel. Und dann schreibt man sich Sachen auf, die man abarbeitet. Wieso haben wir hier so wenig... So wenig... Was seid denn hier überhaupt? Stahlträger. Da kommt kein Eisen an. Wieso kommt da kein Eisen an? Weil du kein Eisen aus spuckst. Warum spuckst du kein Eisen aus? Du hast jede Menge Erz. Wir müssen die Öfen aufrüsten. Ist es also endlich mal soweit. Alles klar. Also, nee, wie gesagt, ich habe absolut null Plan. Aber jetzt habe ich einen Plan. Jetzt habe ich eine Idee. Alles gut. Wie viel haben wir denn? 32. Reicht das? Weiß ich gar nicht. Ja, ich habe auf jeden Fall auch diverse Ideen und Pläne. Oh mein Gott, ist das eng hier. Ich muss definitiv irgendwie Straßen bauen. Ich habe ein paar Ideen für kommende Projekte und Sachen, was ich gern tun möchte hier auf YouTube. Und da bin ich ja ein bisschen was am überlegen. Es ist nur momentan ziemlich chaotisch. Deswegen kamen auch die letzten zwei Tage keine Videos. Es läuft hier momentan vieles nicht nach Plan, um es mal so auszudrücken. Nicht, dass ich jetzt über irgendwelche Details reden möchte. Das will ich eigentlich gar nicht. Aber es könnte besser laufen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall sieht es so aus. Ich habe ab nächster Woche, also, dass wir uns zeittechnisch verstehen, jetzt gerade in diesem Moment 6.8.2018 und ich habe keine Öfen mehr. Und, ähm... Was kostet die denn? Zu viel. Nein, ich habe nächste Woche Urlaub für zwei Wochen. Das heißt, ganz, ganz viel Zeit. Und da habe ich ein paar Dinge vor, was ich gern machen möchte. Unter anderem ein Projekt. Und dann ist da noch ein anderes Projekt. Und genau. Von dem einen weiß ich noch nicht, wann es kommt. Von dem anderen weiß ich definitiv, dass ich es nächste Woche anfangen möchte. Und, äh, ja. Es ist total informativ. Ich weiß. Das habe ich einfach drauf. Ich brauche Ziegelsteine. Habe ich nicht irgendwo Ziegelsteine gefertigt? Weißt du, ich war nämlich wieder in 20 anderen Spielständen unterwegs und habe ein paar andere Sachen ausprobiert. Unter anderem eine neue Mod. Wobei, ja, nee, nein. Hast recht. Die ist nicht neu. Aber, äh, sie ist lustig. Die möchte ich unter anderem mal ausprobieren. Da möchte ich mal reingucken. Jetzt habe ich eigentlich schon zwei Mods, die ich spielen möchte. In Factorio. Aber wir haben da das klitzekleine Problem. Oder ich habe da das klitzekleine Problem. Das sind halt, ja, wirklich, wirklich aufwendige Mods für einen Singleplayer gedacht. Wo wir einfach einmal einen kompletten Speicherstand durchspielen. Ja, also einmal von Null bis zur Rakete. Theoretisch gesehen. Und wenn ich sehe, wie lange ich hier brauche, ist das schon abartig. Ich kann sieben Öfen bauen. Und dann fehlen mir Stahlträger. Alles klar. Wieso habe ich eigentlich Festbrennstoff in der Tasche? Das ist grundsätzlich sehr ungesund. Äh, ja, nee. Was ich machen möchte, also was ich definitiv machen werde in meinem Urlaub. Ja, ich werde mir mal so ein Video angucken von einem, äh, Mist, jetzt ist mir das Wort entfallen, der Begriff entfallen. Einem Speedrunner. Genau. Ich werde mir mal Videos angucken von Speedrunnern, weil ich da gesehen habe, dass es Leute gibt, die Factorio innerhalb von zwei Stunden durchspielen. Oder, oder waren es drei Stunden? Anyway, ist völlig egal, ob zwei Stunden oder drei Stunden. Ja, äh, 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 zwei bis drei Stunden. Factorio. Ich bin jetzt hier in der, ich glaube, neunten Aufnahmesession. Wenn du sagst, pro Aufnahmesession in der Regel zwei bis drei Stunden, das Ganze mal neun, dann sind wir mindestens bei 27 Spielstunden. Gab es nicht eine Möglichkeit, dass man, dass man das hier irgendwo, äh, anzeigen konnte? Einführungen, Züge, Errungenschaften. Oh mein Gott, wo war denn das? Ich konnte doch irgendwo bei einem Spielstand, war das hier? Ah ja, genau, hier, Survival LP. Spielzeit 28 Stunden und 40 Minuten. War ich gar nicht so schlecht mit meiner Rechnung. Ja, 28 Stunden. Und jetzt guckst du mal, wo wir sind, was wir haben. Das ist, das ist noch nix. Das ist immer noch nix. Ich hab noch nicht mal eine zweite Basis errichtet. Ich wollte eigentlich, äh, ja, okay. Die Dinger da unten werte ich nicht wirklich als Basis. Das ist einfach nur eine Mine, die, äh, zu einem Drittel nicht arbeitet, wie ich sehe. Aber, oh, ah, 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 ja, genau. Ich wollte da unten blaue Fließbänder hinsetzen. Richtig. Hab ich die nicht irgendwo fertigen lassen? Die, die hab ich doch mal... Die hab ich doch automatisiert, oder hab ich das geträumt? Ah, ne, Tatsache, ich hab's ja automatisiert. Da kommt kein Schmiermittel an. Und da sind auch keine Dinger drin. Wieso kommt hier kein Schmiermittel an? Was ist da los? Wo kommt das überhaupt her? Das hat hier diese Rohrleitung. Die geht da rüber, die geht da rein. Der kann auch nicht produzieren, weil er kein Schmiermittel bekommt. Ähm, ja, wir haben den da runter, da rüber, da runter. Nach links, nach unten, nach rechts, nach unten. Nochmal nach rechts. Wieder runter, 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 runter. Wieder links, 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 links. Runter. Und da ist die Schmiermittelstation, die nichts produziert, weil wir kein Schweröl haben, welches wir nicht haben, weil hier nicht weiterproduziert wird, weil... Warum wird hier nicht weiterproduziert? Wir haben hier gar nichts. Hier ist überhaupt nichts vorhanden. Wir haben kein Rohöl, wir haben kein Gas, kein Alkan-Gas. Wir haben nichts. Hier ist nichts. Hä? Wo ist denn der Zug? Der hängt da unten rum? Ach Gott. Ach Gott, der wartet hier seine 30.000 Jahre darauf, dass er aufgefüllt wird. Warum? Wo sind wir denn hier? Rohöl kombinierte Ertrag 106%. Okay, das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Warum ist das so ultra langsam? Warum ist das hier unten so unfassbar langsam geworden? Da ist doch irgendwie... der Wurm drin. Er sagt mir hier eigentlich zwei Tropfen Öl pro Sekunde. Ich schätze mal, dass das Liter sein soll. Hier kommen aber nur 0,3 an. Äh. Aha. Und der geht dann eigentlich da rein. Das haben sie aber alle. Hier bei denen kommst du wenigstens ab und zu noch auf über 1. Liegt das an der seltsamen Verbindung der Roche, dass die hier so schlampig zusammengestöpselt sind? Oder... Was ist denn das? Ich bin verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Also auf jeden Fall... Warte mal, wir haben ja blaue Fließbände. Habe ich noch mehr blaue? Oh ja, ich habe noch mehr blaue. Okay, pass mal auf. Wir machen jetzt erst einmal unsere Erzversorgung da unten. Der läuft wieder ordentlich durch, aber das Erz wird uns in tausend Jahren nicht reichen. Ja, und jetzt weiß ich auch, warum ich Flugzeuge wollte. Mit Flugzeugen kann ich da mal eben schnell runterdüsen. Und mit dem Auto muss ich hier ganz kläglich und mühselig... Du... Äh. Durch diese Lücken durch. Nein, 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 nein. Ich werde abgetrieben. Oh, verdammt. Aua. Äh, das ist... Das ist doof. Ich brauche Straßen. Vor allem brauche ich einen anderen Parkplatz. Ja, nicht hier in so einer Ecke, wo du gar nicht hinkommst. Hat den... Ach, das haben die Drohnen schon repariert. Brav. Die Nanobots. Habe ich noch Nanobots in der Tasche? Ich sehe gerade, wir haben da nur noch sieben. Ja, wir haben hier noch ein Hunderter-Stack. Perfekt. Was ist das? Max-Radius 15? Kann den Radius auf einmal erhöhen. Keine Ahnung, wieso. Ging das vorher auch schon? Wahrscheinlich. Äh, du hast null Munition dabei. Okay. Kann ich hier nicht einfach... Nee, das sind Kanonengeschosse. Die frisst er nicht. Der braucht Raketen. So, just for fun. Äh, Raketen. Wir brauchen Sprengstoff und eine normale Rakete. Eine normale Rakete braucht Sprengstoff und elektronische Schaltkreise. Oh. Das Zeug sammle ich mal gerade auf. Sprengstoff. Also Eisen, elektronische Schaltkreise. Da hätten wir es. Moment. Wenigstens das da unten läuft, weißt du. Äh, Sprengstoff. Wo wird ein Sprengstoff gefährdet? Ein bisschen MG-Munition wäre auch nicht verkehrt gewesen. Ach, wir sind ja schon da. Moment. Ja, genau. Weil da oben kommt so gut wie gar nichts an. Also. Blaue Flasepender. Dann machen wir das mal. Und er muss genau dann speichern. Danke. Oh, und zwei Arbeiten schon nicht mehr. Das fängt ja gut an. Warte, warte, warte. Die reiß ich kurz mit weg. Brauchen wir ja nicht mehr die Dinger. Äh, warte, warte. So, und so, und so. Und dann so. So. Naja, gut. So richtig durchkommen tut es natürlich nicht. Ach, weil das da hinten nicht wirklich nachkommt. Da habe ich noch nichts upgradet. Ja, genau. Da haben wir noch die roten. So. Äh, dann mache ich mal. Ich hätte von unten reinlaufen sollen, ich Idiot. Nicht von oben. Jetzt dauert es extra lang. Ach Gott, da ist ja noch alles beschädigt. Das sollte ich vielleicht mal reparieren, das Zeug. Ups. Äh, das war nicht so schlau. Kann ich hier außen irgendwie... Ja, komm. Zieh den mal da drüber. Perfekt. Ne, es reicht von der Reichweite nicht wirklich. Beziehungsweise doch, es würde reichen, aber es ist mir zu blöd. So. Halt. Schon wieder einen vergessen. Das gibt es noch nicht. So, jetzt aber. Machen wir einmal diesen hier. Was tue ich da eigentlich jedes Mal? Ich verklicke mich immer ganz konsequent. Ja, schau mal. Jetzt kommen sie ein bisschen weiter durch. Naja, auch nicht wirklich. Ich schätze mal, dass die roten Teiler-Fliesbänder hier einfach zu langsam sind. Dafür, wir bräuchten hier tatsächlich blaue. Und die kann ich leider nicht per Hand herstellen. Nein, das geht nicht. Super. Äh. Ja, gut. Wir könnten jetzt die da unten noch anschmeißen. Ja, weißt du, warum nicht? Ich meine, wir sind schon... Hallo. Wir sind schon hier. Da jagen wir auch mal kurz ein Reparatur-Kit rein. Ähm. Ja, jetzt labere ich natürlich wieder ganz groß und erzähle eigentlich gar nicht, um was für eine Mod es sich handelt. Das dürft ihr bestimmt den einen oder anderen interessieren unter Umständen. Äh. Wie nannte sich das Ding? Ich hab's vergessen. Warte. Äh. Wo ist denn das unter Einstellungen? Mod-Einstellungen? Nee, da war es nicht. Da war es... Ich mach mal ganz kurz diesen hier. Hier. Mining Space Industries. Genau. Mining Space Industries ist ganz lustig. Ist ein bisschen Story. Also ein bisschen mehr Story als in der Kampagne. Und es geht wohl irgendwie darum, du bist auf dem Planeten abgestürzt. Hey, das kennen wir ja irgendwoher. Und du wärst angeheuert worden von einer Firma. Die hat dir den Auftrag erteilt quasi im Endeffekt. Auf einen Alien-Planeten zu fliegen und dem seine seltenen Ressourcen zu klauen. Ja, die sind da ganz heiß drauf. Und... Es ist was schief gegangen. Das Schiff ist abgestürzt. Wen wundert's. Und du bist der einzige Überlebende. Im Endeffekt. Das ist nicht schlau, was ich hier mache, ne? Naja, egal. Es arbeitet halt sehr viel mit Scripts. Also es ist so, dass alle paar Minuten irgendwas passiert im Story-Mode. Das heißt, es kann mal vorkommen, dass ein Beißerangriff stattfindet. Oder dass es heißt, ja, hey, pass mal auf. Wir haben einen Wrack gefunden. Einen Wrackteil von unserem Raumschiff. Da waren die und die Sachen an Bord. Und du hast irgendwie, keine Ahnung, acht Minuten, um da hinzukommen, weil irgendein Energiekern kritisch beschädigt ist und das Ding gleich in die Luft fliegt. Also wenn du das Zeug haben willst, dann jetzt. Oder lass es. Und es ist wirklich ganz witzig gemacht eigentlich. Das sind halt immer so kleine Script-Events und es macht echt Spaß. Aber im Endeffekt ist es halt dann auch wieder das, was wir hier machen. Nur, du kriegst halt dann schlagartig meinetwegen, taucht da ein Raumschiff-Wrack auf, wo es heißt, ja, da ist unsere ganze Militärtechnologie an Bord gewesen. Und wenn du das Ding aufknackst, dann stellst du fest, das sind einfach mal ein paar tausend Magazine mit panzerbrechender Munition und Landminen und Raketenwerfer und hast du nicht gesehen. Und da hast du vielleicht gerade mal angefangen, deine erste Schwellzstraße aufzuziehen. Also, es macht wirklich Spaß. Es macht schon Laune. Muss man ja mal so sagen. Ähm. Haben wir hier blaue? Expressfließband, ja, Tatsache. Aber der kommt trotzdem nicht hinterher. Haben wir echt so viel Eisenerz mittlerweile, dass wir hier oben... Achso, das wird ja gar nicht genutzt. Das steht ja alles. Hier oben steht auch alles. Oh mein Gott. Ja, wegen denen. Wenn die weiterlaufen würden, dann würde hier das Eisen wenigstens ein bisschen weggehen. Äh, okay. Was ist denn das für eine rote... Ah! Ah, ja! Ich habe drauf gewartet, dass das passiert. Ich habe wirklich drauf gewartet, dass das passiert. Äh, halt! Halt! Stehenbleiben! Der Waggon ist... Ach, leck mich. Ähm... Das ist natürlich super. Können wir sagen... Automatisch. Geh mal zur Raffinerie. Dann fährt der. Das muss ich irgendwie noch anders lösen. Aber interessant, dass die Züge einen Crash überleben. Das ist schon mal gut zu wissen. Siehst du, ich habe mir das Tutorial mit den Zug-Signalen noch nicht angeguckt. Also, Schande über mich. Habe ich wirklich noch nicht. Es tut mir leid. Ich hole es nach. Versprochen. Schau, ich habe jetzt noch einen Urlaub. Habe ich jede Menge Zeit dafür. Kann ich das gleich machen. Oh, das ging jetzt aber schnell. Aber wenn wir schon mal hier sind, können wir gleich mal gucken, was hier falsch ist. Weil, der hat gar nichts. Der hat doch vorher, hat er die immer aufgefüllt und jetzt auf einmal macht er nichts mehr. Das checke ich nicht so ganz. Was passiert, wenn ich die einreiße, die Dinger? Wenn ich die einreiße und einfach neu platziere. Ich habe doch in... Äh... In der Kampagne war es, glaube ich. Und da hatten wir doch auch so einen Bug. Sowas ähnliches, wo sie irgendwas geskriptet haben mit, 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 äh... Mit der Energieversorgung, was dann überhaupt nicht funktioniert hat am Ende. Und das hast du einmal abgerissen, neu platziert und dann hat es geholfen. Aber das hier scheinbar überhaupt nicht. Okay. Faszinierend. Ich habe doch meine 100 Raketen. Pass mal auf. Hätte er wertet die da unten also nicht als Inventar, wenn ich die... Oh. Oh, wir brauchen sehr viel mehr Sprengstoff dafür. Äh, okay. Äh... Ja, das ist seltsam. Warum... Warum füllt er den nicht auf? Ich meine, wir haben auch noch einigermaßen, meist 106% kombinierter Rohölertrag. Klingt für mich jetzt nicht unbedingt nach wenig. Das finde ich ein wenig seltsam. Oh mein Gott, das will ich gar nicht sehen. Äh, das ist schon ein bisschen seltsam. Was pumpt ihr denn da gerade rein? Nichts. Weil ihr nichts habt. Hier steht 0,0 Rohöl. Die pumpen alle drei nix. Warum pumpt ihr alle drei nicht? Geht das momentan an die da oben? Er zeigt mir wirklich nichts an. Das ist faszinierend. Der da drin scheint anzusteigen, aber da kommt nichts durch. Energieversorgung ist aber nicht irgendwie kritisch. Nö, da haben wir mehr als genug Luft nach oben. Äh, okay. Check ich nicht. Muss ich mir irgendwann mal angucken? Check ich gerade nicht. Und das wird auch jetzt nix. Ich kann es mir noch drei Stunden angucken, aber... Äh, okay. Das ist nett. Die Erzversorgung bei dem Bahnhof geht uns nicht aus. Uah, was ist denn hier los? Die Kohle mag nicht mehr kohlen. Das ist aber schlecht. Habe ich eigentlich Treibstoff im Raumschiff? Das fliegt mit Holz. Auf der anderen Seite brauchen wir eigentlich nicht. Ich meine, wozu? Wozu jetzt auf Treibstoff umstellen? Klar, du kriegst einen Geschwindigkeitsboost. Ja, das ist mir tatsächlich auch bekannt. Mag man gar nicht für möglich halten. Aber im Endeffekt... Warum? Wir haben so viel Holz. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ja, ich weiß. Ich soll aufhören, die ganzen Bäume alle abzuholzen. Weil Umwelt schädlich. Und grüner Planet. Bla, 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 bla. Es ist nicht die Erde. Muss ich jetzt mal so ganz bösartig sagen. Es ist nicht die Erde. Wobei wir teilweise mit der Erde tatsächlich genauso umgehen, was eigentlich eine Frechheit ist. Also so gesehen. Ja, ich weiß. Ich mach's nicht mehr. Ich mach's nicht mehr. Es ist unsinnig. Bäume braucht man. So sehr ich sie auch hassen mag. Ist okay. Ich mach's nicht mehr. Versprochen. Es sei denn natürlich, da wäre jetzt bei irgendeinem Großbauprojekt zufälligerweise ein Wald im Weg. Ja, dann muss der natürlich da weg. Also da führt dann gar kein Weg dran vorbei. Das ist ja wohl hoffentlich klar. Das ist ja wohl hoffentlich klar.